Hey! Entschuldigung, Entschuldigung, eine Frage. Cristiano, Cristiano, hallo. Cristiano, bei welchem Verein würden Sie am liebsten spielen? Bei FIFA-Brot. Ähä, 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 ähä. walk out no fucking way no way no way was man ich und Ronaldo ich und Ronaldo nein hat es wieder lang gedauert mach chatpack ja ja chatpack chatpack ok Leute ihr bestimmt ich lauf sogar weg man ich geh in die Küche ich hol mir was zu trinken ich hol mir safe was zu trinken viel spaß alter halt die Fresse halt die Fresse halt die Fresse halt die Fresse okay mach du soll ich den walk out ziehen easy mach ich dir kurz warte kurz blauer walk out du willst den du kriegst den du kriegst den du kriegst den wenn du willst kriegst den wie gesagt ich werde jetzt auch gleich in neue Spiele investieren Leute aha 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 oh ho oh ho alter fuck you fuck you fuck you fuck you man fuck you man ha 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 bam babam babababababam bam bababababababam wer ist der Peglock King wer ist der Peglock King hab ich nicht gesagt ich zieh den blauen da haste da haste lecker schmeckt man schmeckt 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 huah ok jetzt bin ich wach Leute jetzt bin ich jetzt bin ich ja wach jetzt bin ich wach ne jetzt bin ich wach aber wie ich auch noch sag nein 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 Lilly was geht moinzen boah sick sick man wow ich weiß gar nicht was ich sagen soll gell am Anfang habe ich gedacht das ist der komische Portugal troll troll ja ihr wisst was ich meine alter der ist auch noch trade leute der ist auch noch trade der ist auch noch trade der ist auch noch trade nice